Servus, hier ist wieder dein Business Life Mentor Martin Zimmermann. Ich spiele gerne Basketball, gehe schwimmen, meditiere, was mich erfrischt und wieder zu mir bringt. Und beim spielerischen Sein ist mir bewusst geworden, was du im Leben tust, es bewusst zu tun. Ich möchte, dass du dich entschleunigst. Lass dir Zeit, es spielt keine Rolle, was du tust. Nimm dir Zeit und achte mehr darauf, was du tust. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich sehr schnell vorankommen will und ich keine guten Absichten habe bei dem, was ich tue. Ich will es einfach nur fertig bringen. Wenn du also ein Buch liest, dann lese es, um zu lernen. Mach langsam, lies die Wörter noch einmal, lies die Kapitel noch einmal, markiere die Dinge, mach dir Notizen. Achte darauf, dass du das Buch wirklich liest und dir bewusst machst, was du aus dem Buch lernen willst. Du weißt, dass Bewusstsein bedeutet, mitfühlender zu sein. Ich merke, wenn ich langsamer werde, fühle ich mehr, was ich tue. Egal, ob es Spazierengehen ist, Sport machen oder hier dieses Video. Mach langsamer. Musik